Des Weiteren ein treuer Partner, Schachnerdach, alles rund ums Dach, Dachdecker, Holzbau, Flächendecken, Simmerei, Spengerei in Ausmannstetten, Gewerbestraße 7 mit unserem Stefan Schachner. Ein weiterer Partner und Sponsor des 14. Perchtenlaufs von Abadon Pass, veranstaltet vom Bauerbund, das Gasthaus Seiler, gutes Essen, leckeres Mittagsmenü und ein toller Kinderspielplatz. Hauptstraße 11 hier in Ausmannstetten, ca. 60 Meter von hier entfernt. Naja, und wir haben vorher einen Herrn schon vorher ausgerufen, unseren Harry Neuhold nicht zu vergessen, Gartencenter Neuhold veranstaltet, natürlich tolle Blumenschmuck für Hochzeiten, Trauerfeier, Grabbestaltung, Feste und Anlass, Außen- und Gartengestaltung, sensationelle Deko. Und natürlich die besten Blumen. Holen Sie sich die Tipps vom Profi in der Hauptstraße 49 in Haussmannstetten. Ein weiterer Partner, Explosive Fireworks, Ton- und Lasertechnik und Feuerwerk Pyrotechnik. Blitz, Knall, Raketen, Effektbatterien, ob Hochzeiten, Geburtstage, Veranstaltungen, diverse Feier, Eröffnungen, Silvester oder Events aller Art. Der Spezialist, wenn es um das professionelle Feuerwerk geht. Und das werden wir nach der Veranstaltung sehen, denn es gibt ein riesen Mega-Feuerwerk hier beim 14. Perchtenlauf in Haussmannstetten. Ein weiterer Sponsor, die Allianz Agentur Großschädel, seit über 25 Jahren im Ortszentrum von Haussmannstetten. Versicherungen, Vorsorgen und Vermögen. Die Versicherungsaggregatur mit kompetenten Vertrags- und Schadensabwicklungen. Sie freuen sich auf Ihren Besuch in der Agentur in der Grabser Straße 23. Allianz Agentur Großschädel. Ein weiterer Partner seit Jahren, das Autohaus Jakob Brücker. Ihr kompetenter und familiärer Partner in allen Mobilitätsfragen. Egal ob Kauf, Verkauf, Finanzierung, Versicherungsvermietung oder Reparatur. Überzeugen Sie sich selbst, Ihr Autohaus in Ihrer Nähe.